einen wunderschönen guten tag liebe pokémon begeisterte willkommen zu einer weiteren folge pokémon mystery dungeon team blau wo wir in der letzten folge zurück zu unserer basis gehen konnten nachdem sich herausgestellt hat dass ganger einfach nur gelogen hat und es daraufhin auch aus der stadt vertreten wurde so wie ich das in erinnerung hatte und ja wir können wieder aufträge annehmen rettungsaufträge und dann bin ich mal gespannt wie die geschichte so weitergeht nachdem die wahrheit ja nun ans licht kam und was wurde aus dem salas team sind sie schon dieses mystische pokémon ziemlich beunruhigend das alles aber ich denke sind das team macht das schon stimmend grudern sind ist ja wohl verantwortlich für die ganzen erdbeben und umweltkatastrophen weil es erwacht ist und simsalas team ist nun losgegangen um es zu besiegen was tut mir nicht so leid es tut mir so leid dass ich dich verdächtigt habe ja schäm dich in gar das aufgehetzt es tut mir sehr leid ja ihr habt halt auf eine einzige person gehört ich was gesagt hat anstatt selbst nachzudenken wir haben noch zwei areale die werde ich jetzt einfach mal beide kaufen weil sie sind mit dem geld sonst so wieso nicht wirklich was tun kann so ansonsten denke ich heute können wir wieder ein paar nebenaufträge machen wo bin ich ich will die ursa sehen im kläreberg ich schaue mir kurz meine jobliste an damit ich weiß wo ich sowieso noch aufträge habe im kleinheim in der Donnerhöhle in Stahlberg Donnerberg Riesenschlucht eigentlich überall die meisten Kleinhain und Donnerberg Donnerhöhle ok ähm dafür habe ich aber keine aktuell neuen ich nehme jetzt erstmal an ich kann nichts mehr annehmen ok dann werden wir erst einmal die abarbeiten die wir noch in unserem in unserer Liste haben davor muss ich mit Kangama sprechen und unsere Items mal kurz durchgehen Lager so ein Topelixier mitnehmen reicht hier eigentlich Samen brauche ich nicht die Linkbox verzichte ich mal kurz drauf Lebersamen ich kann einmal mitnehmen Blaugummi kann bleiben die Äpfel ich nehme einen mit Piersif kommen weg am Arena können weg Siegelbeeren die Durchbruch kann weg eine Siegelbeere reicht wahrscheinlich für die Dungeons und durchgehe und joa dann sind wir soweit erstmal durch ab in die alten Dungeons mal wieder da waren wir ja schon lange nicht mehr ich habe euch alle aktivierten nicht okay ich würde man sagen wir fangen klein an im kleinhain ich werde jetzt aber wenn sie unbedingt nötig ist nicht zu viele nebenaufgaben machen denn wir wollen tatsächlich weiter kommen auch im spiel mit der story hier kann ziemlich spannend geworden ist da wir ja nicht das pokémon sind es verflucht wurde weil es seinen partner im stich gelassen hat frage ich mich jetzt halt doch warum wurden wir zum pokémon und wer ist das pokémon das verflucht wurde weil er seinen partner im stich gelassen hat ich würde ja irgendwie auf ging da tippen wenn ich ehrlich bin so wie es sich verhält so ein arsch pokémon einfach ich habe gerettet die panze ich möchte nicht zurück ich will dem abenteuer bleiben kommt donner schock und weg mit ihr auf sieht ihr leid over kill stimmt auf der ebene haben wir ja gar nichts mehr zu tun also wampel zu verprügeln in ordnung das nehme ich noch mit wenn wir können jetzt auch neue partner wieder aufnehmen ich glaube es wird sogar die letzte aufgabe in diesem land schon das war sehr schnell okay vielen dank für die rettung von bufans hier ist die belohnung 100 pokémon und beleber sein nice vielen dank für die rette von stumm hier ist die belohung beleber sein ja gut die georock brauche ich nicht unbedingt waren wir heute nicht großartig ja wie immer lassen wir uns feierabend machen und erst schlafen also bis morgen dann bis morgen ja wir speichern speichern kann dir nie schaden so geht die steuerte in der welt weiter und lässt die story weiter gehen guten morgen gefühlt müssen wir jetzt tatsächlich erstmal ein paar neben jobs gezwungenermaßen erledigen dann geht es als nächstes in die donnerhallhöhle vielleicht müssen wir auch aus den nächsten rettungs team rang erlangen rettungs team rang ist auch so ein zungenbrecher wort irgendwie rettungs team rang ich weiß nicht warum ich ein problem habe das auszusprechen aber nun das wird mich nicht davon abhalten diese quest zu erfüllen auch meine junge nase wird mich nicht davon abhalten diese quest zu erfüllen verdammt okay hier reicht sogar teckel um die pokémon zu besiegen ich muss gar nicht nur overkill move machen um irgendeine attacke einzusetzen so schön äpfel einsammeln die können wir bestimmt noch brauchen auch für vier wirklich willst du so dringend von mir vermöbelt werden okay dann erfülle ich dir den wunsch wenn jemand unbedingt schläge will dann kann er sie gern haben vielleicht steht er ja drauf unsere nachbarsunde stehen heute übrigens sehr darauf die nacht durch zu brüllen und zu bekläffen ich weiß nicht mir ist das nie aufgefallen oder es ist erst ab heute so dass sie die ganze nachbarschaft wach bellen so ziehen eben und dann suchen wir unseren kunden jetzt bei retterer bauts ich glaube rabouts ist die vorstufe von nokia nokia nein ich möchte hier nicht weg ich habe gerade überlegt ob Kikli oder nokia aber Kikli wäre seltsam weil er trägt Handschuhe also rabouts trägt Handschuhe vielleicht aber auch von Capoeira oh Gott bin mir gar nicht mehr sicher Capoeira fand ich von den dreien übrigens am coolsten so Heilung für uns dort dort finden wir Heilung oh und da finden wir unsere Kunden bitte retteli lieber das kleine Marienkäfer pokémon so wir bleiben auf dich zu laden ich töte dich okay wir haben keinen Platz mehr für die Items ist auch in Ordnung dann suchen wir nur die Treppe und Geld können wir mitnehmen und noch mal Geld können wir mitnehmen heute bald du hast doch keine Chance lass uns einfach durch auch aus dem Weg bitte danke und auf die Treppe runter ich hab gar nicht im Kopf wie viel Auftrag wir dort haben haben wir jetzt nur eine Aufgabe erledigt von denen die wir hatten was das ist so seltsam okay wir müssen direkt wieder zum Gangama weil unsere Box einfach wieder voll ist stimmt die die haben wir auch gerettet aber wir haben zweimal Rabauts gerettet das ist mir gar nicht aufgefallen null jo speichern wir das geht heute aber auch rasend schnell mit dem vorankommen oh sorry ich habe wieder diesen Traum es ist schon eine Weile her du bist Gadova ja Gadova es gibt zu viel dass ich dich fragen muss warum erscheinst du mir in meinen Träumen als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen denn dies ist nur meine Aufgabe Gesandte der Geister ja der Fluch Wulnonas traf mich anstelle meines Trainers und so wurde ich zu dieser Präsenz ohne körperliche Form dein Trainer meinst du Menschen aus der Legende von Wulnona schrecklich so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen zu werden ja mein Trainer war eine furchtbare Person böse und hinterhältig er war keine nette Person in der Tat aber ich hasse meinen Trainer nicht was du hast deinen Trainer nicht warum nicht nun das frage ich mich auch ich verstehe es selbst nicht ganz mein Trainer hat furchtbare Dinge getan doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen ihn zu hassen mein Trainer hatte viele Schwächen doch er hatte auch gute Seiten und als es geschah war ich verzweifelt als es geschah du meinst Wulnonas Fluch? ja ich habe meinen Trainer vor Wulnonas Fluch geschützt mit all meiner Kraft wenn der Trainer in Gefahr gerät ist es unsere Pflicht ihn mit unserem Leben zu beschützen die Gardevoir sind ebenso ich habe meinen Trainer gerettet das allein hat genügt um mich glücklich zu machen das eigene Leben für seinen Trainer riskieren bewundernswert was Gardevoir getan hat oh ich sollte erwähnen dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht so lebe ich weiter und ich bin stolz auf die Rolle die mir gegeben wurde eine Rolle? ja alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle wir alle dienen einem höheren Zweck so wie ich meine Rolle zu erfüllen habe so hast auch du dein Schicksal zu erfüllen du bist hierher gekommen um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon und was? was sagst du da? ein Erdbeben warte ich habe noch mehr Fragen oh oh und weg ist er wieder am nächsten Morgen Mann jetzt mach doch nicht so ein Hiegeack daraus sag uns doch einfach was unsere Aufgabe sein soll hier mal diese Spannung es war ein Erdbeben oder nicht? ich glaube ich hatte wieder diesen Traum und ich glaube Gardevoir sprach zu mir sie sprach von etwas sehr Wichtigen oh ja genau was sagte sie noch? das ist 5 Sekunden her was hast du für Probleme dich an deine Träume zu erinnern? du bist hierher gekommen um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon Gardevoir weiß es sie weiß womit ich ein Pokémon wurde und sie sprach von einer Rolle was meinte sie damit? tja würde sie nicht immer verschwinden wenn es gerade spannend würde wüssten wir das jetzt guten Morgen Jenny was ist denn? ist irgendwas nicht in Ordnung? oh ich verstehe das Erdbeben Jenny du machst dir darüber auch so viele Sorgen wie ich ich hätte es wissen müssen Simselas Team ist noch nicht zurückgekehrt es heißt Kudon sei unheimlich stark und ausberettet mir etwas Sorgen aber auch Simselas Team ist stark ihnen ist bestimmt nichts passiert wir haben uns abgesprochen und Simsela sollte sich mit seinem Team auf Kudon kümmern uns bleibt nichts anderes übrig als hier wieder Rückkehr zu warten wir müssen tun was in unserer Macht steht lass uns unser Retter Team uns das Bestes geben ah zieh dich doch nicht so aufs Spiel äh na Wingenau und Isso äh also ich bin Isso und das ist Wingenau Wingenau wir haben eine Notiz am Infobrett von der PDA Post hinterlassen Wingenau bitte sieh doch mal nach bitte 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 Wingenau bitte hilf uns wir müssen jetzt gehen Wingenau wieso kann Isso eigentlich richtig sprechen im Gegensatz zu Wingenau ich meine Isso ist die Vorstufe von Wingenau dann hätte ich mir das eher andersrum vorgestellt äh das Isso halt dazu lernt und dann lernt sie sprechen aber nun Wingenau gab es glaube ich schon vor Isso wie es tatsächlich viele Pokémon vor ihrer Vorstufe gab was war das was hat das so bedeuten das kleine Pokémon sagte der kleine Junge nicht er hieße Isso ich glaube er will dass wir uns das Infobrett der PDA Post ansehen vielleicht haben Isso und sein Freund ein Problem ja sie haben gesagt sie haben einen Auftrag für uns wir versuchen da über das Infobrett Hilfe zu bekommen da bleibt uns nur eins übrig gehen wir und sehen uns das Infobrett der PDA Post an ok aber erst gehen wir zu Kandama Kandama also einfach so ein riesiger Darm wäre auch mal ein interessantes Pokémon gewesen wundert mich dass es noch keine Körperteile als Pokémon gibt es gibt ja sonst so gut wie alles Georo kann weg ein Apfel hab ich noch dabei die ganzen Georockbrocken weg die beim Beneberkön weg ja komm ich bin zufrieden damit alles gut so und jetzt zum Brett mal sehen was für ein Problem Isso und Wingenau haben dieses Infobrett Manchi Manchi Klärwerk oh Gott wenn ich jetzt wüsste was hier ist wow Info Priento Floor Info Phenomen Info Rottfrotz Kondens 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 Nasknett Läuft Amok Amok in unserem Wald die sind total wild wir haben alle Angst Moingenau wir wissen nicht warum sie sich so aufführen aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an der ihn über den Weg läuft Moingenau Oh nein das ist ein Problem Channing wir sollten gehen Vielen Dank wir zählen auf euch Moingenau Da irgendwie Menchi Bandel ihr Unwesen treibt Der Dumultwald steht jetzt zur Erkundung offen Der Dumultwald Oh Dann nehmen wir nochmal die Donnerhallehöhle mit Und ein Stillklamm bzw. Donnerberg Den Donnerberg nehmen wir noch mit Wir können eigentlich nicht einfach mitnehmen was wir mitnehmen können Aber erstmal kümmern wir uns um den Dumultwald Jo Rein da Ins Getümmel Mit uns Einen neuen Ort entdecken Der Dumultwald Musik klingt jetzt Nicht so besonders Aber ein bisschen bedrohlicher auf jeden Fall So wie stark seid ihr? Okay schon was stärker So wir haben euch 60 Schaden gemacht 80 Okay braucht etwa 80 Schaden um Besiegt zu werden Oh Und das ist ja immer nur Kürzester Und doch Ich hab ja auch Ich hab ja auch Geil Okay Es ist ja auch Wenn du denkst Naja jetzt müssen wir nur noch pflanzen pokémon als begleiter irgendwann mal haben okay du willst abhauen ich lass dich aber nicht abhauen und bleib hier du lümmel ich denke wir werden bis zur untersten ebene das weil das müssen um menke zu besiegen wir haben nämlich keine angabe bekommen und welche ebene sich befindet mit ihr kürzelbohr nur 64 schaden okay schön na ich nehme erst das geld mit vorher runter gehen es wird neblig und nein zu erzählen pokémon welche pokémon würden wohl in seinen ziel als gegner rumlaufen das mal nicht intelligent elektro gegen boden es gibt dieses pokémon aber selbst dass wir ja irgendwie nicht wirklich entstellt es ist halt natürlich die normalen geist pokémon die können ja soweit ich weiß auch die form verändern sie könnten theoretisch irgendwie noch was gruseliger ist darstellen aber ist eigentlich schon ziemlich auffällig dass es nicht wirklich hässliche pokémon gibt von denen man sagen können ja die sind jetzt entstellt ich bin klar dass es keine horror pokémon gibt das spiel ist ja auch immer noch auch für kinder hässliche gibt es halt auch nicht so wirklich bei dem pokémon seien zählen müsste man sich wahrscheinlich damit zufrieden geben dass man von irgendwelchen solchen gängers die die form mechseln reingelegt werden und von mülltüten angesprungen biert wenn man es nicht erwartet ich glaube mal wieder vor der treppe weg ich merke es schon aber immer noch ein level abbekommen schön so griffel dann nachschock dann müsste weg sind wenn ich da auch ja 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 griffel ins team auf jeden fall nice aber erstmal dafür sorgen dass es nicht direkt wieder getötet wird griffel fand ich immer ein ziemlich lustiges pokémon so ein affe mit einer hand als schwanz ich bin halt wirklich vor der treppe weggerannt ich hätte nur nach oben muss dann wäre sie schon da gewesen das übliche problem halt das ist wieder neblig hoch ok griffel wirft einen sam ja griffel macht sich aber schon ziemlich nützlich nützlicher als so manch anderes pokémon das wir schon im team hatten so level 7 ich bin gespannt wie viele ebenen wir haben ich habe gerade schon gemerkt der nebel hat glaube ich meine elektroartagen geschwächt ich gehe mal nicht davon aus dass der tumult weil so viele ebenen hat wie die berge auf denen die drei legendären pokémon gelebt haben na planers erstmal weggehauen manky du bist aber nicht dass manky das zu ärger macht aber oben war neben mir noch andere manky's ich habe tatsächlich kein nix mitgenommen weil ich dachte so lange dauern wir brauchen wir eh nicht jetzt habe ich fast keine attacken mehr nun mhm 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 wie dieser selbe fehler gegen ohne tagen einfach die elektronik anzusetzen sehr intelligent von mir am haupte erst mal manky paralysiert das bist du denn die kastanie ok moment ich muss irgendwas wegwerfen ich will nämlich wissen was die kastanie macht info nahrungsmittel das den magen des buchens reichlich fühlt wenn die lieben ist nun wir haben kein menge dabei aber reichlich den magen fühlen klingt doch eigentlich schon mal gut da sind wir was ist wir schlagen uns eigentlich nicht gern aber wir gehen uns ziemlich schnell auf kapiert und was uns richtig in rage bringt ist wenn hier irgendwo die dummbeutel auftauchen dieser blöde gesichtsausdruck das macht mich echt fertig sehr rot manky schlägerei was für welche gefällt dem klick nicht und wird direkt aggressiv und verbrügellich das ist mir zu sehr an den menschen orientiert ja die idioten die denken ja guck mich so dumm an ich bleibe ein butsch dich donnershock ist natürlich dumm ach ich bin so dumm ich hätte gucken müssen weil donnershock greift nur den direkt vor mir an den gegner ihr könnt gerne alle kommen ich mache euch alle reihe nach einfach platt ist eigentlich wirklich eine schwierigkeit so die verbrochen haben wir der menge bande gezeigt dass man es nicht einfach andere aufmischen kann indem wir sich selbst aufgemischt haben da haben sie bestimmt ausgelernt das wird ihnen gezeigt haben dass man es nicht zu bild treiben darf vielen dank euch allen wirklich genau ja wir sind voller dankbarkeit hier ist unser dankeschön eine kastanie eine geschälte kastanie das ist eine geschälte kastanie genau eine geschälte kastanie und der wir wir haben kein geld nein genau deshalb können wir euch zur belohnung eine kastanie geben der jetzt enttäuscht nein nein das ist völlig in ordnung so geschälte kastanie sind eine köstlichkeit ich finde sie großartig ein bisschen geld wäre auch nicht gewesen ja aber wir sind ein retter team da geht es nicht um geld vollriegel noch nie oh nein die menge bande wohin genau diese menge bande haben sie uns bis hierher verfolgt ja euch meine ich ihr hattet nur glück mit uns legt man sich nicht an dieses mal machen wir klein holz aus euch wir werden euch pulverisieren menge aufsehen mit gebrüll Augenblick mal sieht euch das an kastanie es ist eine geschälte kastanie bitte flüster flüster tuschel tuschel was machen die da sieht aus als würden sie über etwas diskutieren nein genau was geht hier vor hört mal ihr habt ja was was wir wollen diese geschälte kastanie da können wir die haben ja also wir lieben geschälte kastanien ok hattet ihr nur hunger oder was warum war diese aggro du bist nicht du wenn du hungrig bist wir lieben sie sogar sehr dass wir ohne sie nicht leben können könnt euch nicht selbst kastanien besorgen kastanien haben doch immer so pieksige schalen stimmt's wenn wir versuchen sie zu schälen pieksen wir uns dann werden wir furcht fuchsteufels wild deswegen fragen wir ja ob wir uns die geschälte kastanien ob ihr uns die geschälte kastanie gebt wir tun alles was ihr wollt hm was meinst du jenny sollen wir den menki mit unseren geschälten ja komm vielleicht sind sie dann nicht mehr böse ich habe eine idee hört mal menki wir finden hier ein wenig körperliche arbeit wie körperliche arbeit sowas wie muskelarbeit wir haben muskeln aber wir hassen arbeit aber es ist ja für die geschälte kastanie ich mag die irgendwie jetzt mag ich sie doch sie sind so ein bisschen wie ich wenn es um leckeres essen geht in ordnung hier ist mein plan wir wollen eine beeindruckende basis haben und diese daher umbauen basis ja richtig uns errettet den basis wenn ihr uns beim umbau helft geben wir euch die geschälte kastanie wie hört sich das an tischl tischl flüster flüster okay wir helfen wirklich ihr werdet uns helfen ja überlasst das uns wir tragen das baumaterial her und modeln das gebäude um da wird nicht lang gefackelt oder gefuchtelt im gegenzug gibt ihr uns die geschälte kastanie ja im glück bekommt eine neue basis ich auch ich helfe auch mit ich spucke seite mit der wir alles zusammen halten können ich will auch helfen genau ich hatte irgendwie ein schlechtes gewissen weil wir euch nur eine geschälte kastanie geben konnten genau ich danke euch allen okay packen wir es an okay und so begann die umbauarbeiten an der basis des teams chaos von chenny einige tage später das sieht schon größer aus oder fielten um dach wahnsinn es geht sehr schnell mit unserer basis voran wir stehen in eurer schuld wir sind noch nicht fertig wenn immer noch ganz viele schräge aufgaben die wir erledigen müssen genau das stimmt aber wir sind fast am ziel oder megiband wie bitte megiband da drüben die sind ein bisschen fertig so scheinbar was ist denn los müssen weiter arbeiten keine lust mehr was das ist so langweilig wie soll man das denn aushalten ja genau das macht keinen spaß mehr ein paar geschälte kastanien könnten jetzt nicht schaden was soll das heißen bei uns geht nichts mehr wir brauchen geschälte kastanien zur motivation chenny wir haben ein problem ich glaube die megiband arbeitet erst wenn wir ihnen eine kastanie geben wir müssen der megiband jede geschälte kastanie geben die wir finden können also eine habe ich also eine nicht geschaltung ja ich möchte bitte speichern und dann würde ich mal sagen wir beenden für heute diese folge ich hoffe ihr hattet sehr viel spaß ich finde es cool dass wir fortschritt machen dass wir mehr bei uns erfahren und dass unsere basis wächst hätte ich jetzt nicht erwartet dass die nochmal vergrößert wird aber cool und geschälte kastanien müssen wir finden das dann in der nächsten folge bis dann tschüss